Es ist Montagabend, es ist 18 Uhr, endlich geht es weiter mit unserem Föhnbeet. Ich nenne es jetzt einfach mal Föhnbeet. Das ist unser Föhnbeet. Föhnbeet. Würde ich sagen, legen wir los! Musik 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 Ich finde die Technik erinnert auch ein bisschen an, es hat ja ein bisschen was von Aquarellmalerei. Also ich habe noch nie mit Aquarellen gearbeitet, mit Aquarellfarben gearbeitet, aber ich stelle es mir halt so vor. Bei der Aquarellmalerei oder kurz beim Aquarell gibt es verschiedene Grundtechniken. Zum einen das Lasieren. Dabei wird die stark mit Wasser verdünnte Farbe auf den trockenen Malkrund aufgetragen. Die Farbe trocknet durch den dünnen Auftrag sehr schnell und lässt sich nach dem Trocknen mit weiteren Farbschichten übermalen. Wird immer der gleiche Farbton verwendet, entstehen so dunklere und hellere Bereiche. Zum anderen gibt es das Lavieren mit der Verlauf- und Nass-in-Nass-Technik. Bei der Verlauftechnik wird eine Farbe so auf den Malkrund aufgetragen, dass sie gleichmäßig immer blasser wird oder langsam in einen anderen Farbton übergeht. Bei der Nass-in-Nass-Technik wird auf dem feuchten Malkrund oder in eine noch feuchte Farbe hineingemalt, wodurch die Farben fair bzw. ineinander laufen. Diese Technik gibt es nicht nur beim Aquarell, sondern auch bei anderen Maltechniken. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Und ich würde jetzt noch ein paar Details hinzufügen, einen Blickfang wieder mal und dann die letzten Feinarbeiten beginnen. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.